Komm jetzt. Alex, komm ich kenn dich, seh deine Gesicht. Na, fertig. Ist das dein Ernst? Ich kenn dich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Ich habe mir eine schöne Video-Idee überlegt. Hallo, sollst du heute sagen? Hallo. Hallo. Ich habe mir überlegt, dass Alex die ganze Woche über meine Outfits aussuchen kann. Du brauchst dich festhalten. Ich bin heute das Kamerakind. Alles klar, dann komm mal mit, weil ich habe Alex schon erzählt, worum es geht, dass er meine Outfits aussuchen darf heute. Blendest du das noch ein, Kamerakind Alex? Kamerakind. Gehst du jetzt? Geh mal. Komm mit. Ja, ja, ich bin dabei. Ich habe auch extra aufgeräumt. Nicht? Du kennst ja auch. Also Alex kennt natürlich hier diese Situation in unserem Mann. Kleine Zimmer. Es ist alles sehr eng. Wir haben sehr wenig Platz für Klamotten. Das reicht im Winter. Das ist mein Schrank. Hier? Das ist Alex. Das ist Nina. Das ist Nina. Ja. Also wenn ich jetzt zu Hause bleiben würde, würde ich das anders machen. Dann nimm mal, dann suche ich dir was aus. Vor. Das musst du dann aber auch anziehen, ne? Genau. Ich drehe das auch morgen noch weiter, also für die verschiedenen Tage. Also ich muss ganz kurz noch dazu sagen. Hier sind so meine Hosen. Hosen. Hier sind so Röcke. Hier sind Oberteile. Auch ein bisschen nach Farbe sortiert. Auch hier sind so Kleine. Hier sind noch so ein paar Jacken. Also es ist jetzt nicht so ein großartiger Hosen drin. Und hier sind auch noch Pullover. Alex mag nicht so viele Sachen von mir. Wo sind noch mal Pullis? Ja, hier sind so ein paar Pullis. Hier sind so ein paar Pullis. Da sind noch ein paar Pullis. Da sind dunkle Pullis. Hier sind T-Shirts. Weiß und schwarz. Der ist schön weich, ne? Dann weg. Weg. Schuhe sind da. Bisschen versteckt. Hier schminke ich mich auch. Das ist alles echt ein bisschen eng. Guck mal hier. Ich habe einen Ring gefunden. Lidschatten. Gerade im Flur sind auch noch Schuhe. Nee, die brauche ich nicht. So, also Outfit Nummer 1. Das, was der Alex jetzt ausgesucht hat. Der Pullover ist von H&M. Den habe ich noch gar nicht so lange. Der ist super schön weich. Guck mal, ob ich euch den verlinken kann. Aber hier kann ich euch sehr empfehlen. Die Hose ist schon älter. Die ist von Zara. Und die Schuhe auch. Nee, Quatsch. Die Hose ist von Naked. Und die Schuhe sind von Zara. Die habe ich auch schon ewig nicht mehr angehabt. Ich trage halt öfter Sneaker so im Alltag. Aber die sind eigentlich auch ganz bequem. Der Absatz ist auch nicht so hoch. Die haben hier so einen Reißverschluss an der Seite. Also die gehen eigentlich auch. So unbequem sind die gar nicht. Also gut. Hat Alex schon mal gut gemacht, würde ich sagen. Der ist übrigens gerade wieder arbeiten. Der Warte und Mittagspause gemacht. Und ich würde solche Punkte vergeben. Also ich finde es auf jeden Fall schon mal gut. Ich sage schon mal Daumen hoch. Und ich fahre jetzt in die Stadt. Ich habe ein bisschen Zeit, weil meine Mama heute da ist. Und auf die Kinder aufpasst. Die ist extra aus Wesel gekommen. Und ich werde jetzt ins Nagelstudio gehen. Und mir meine Nägel wieder fresh machen. Ich weiß ja nicht, wann ich das nächste Mal wieder die Gelegenheit habe, meine Nägel machen zu lassen. Und ich werde dieses Mal aber nur Shellac machen. Fragen auch ganz viele nach. Ich habe jetzt Gel. Und das finde ich ein bisschen... Ah, Shellac kann man auch mal alleine abmachen, wisst ihr, wie ich meine. Und Gel halt nicht. Da ist man so darauf angewiesen, zum Nagelstudio zu gehen. Und die werden auch ein bisschen kürzer, weil die halt... Die wachsen so schnell, meine Nägel. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Outfit hat er gut gemacht. Ach so, der Mantel. Durch das einmal hat sich die Hulli wieder verewigt. Die hat er gerade auch schon wieder drauf gelegen. Ich habe so eine Fusselrolle im Auto. Dann werde ich den Mantel so überwerfen. Das ist nämlich, glaube ich, zu warm heute. Aber ist ein cooler Look. So, ich fahre gerade mit dem Nägel machen. Ich bin auch gerade hier auf der Toilette. Die haben ja einen Spiegel voll. Den ganzen Körper spiegelt. Gut, ich fühle mich auch ohne Toilette. Ich würde nur sagen, ich habe das Outfit an. Und ich fühle mich echt wohl, würde ich sagen. Hat Alex echt gut gemacht. Das ist ein Special Effect. Das macht man so. Machst du keine Hose an? Hör mal, wie war eigentlich deine Nacht? Okay. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Obwohl doch, wir können sagen, lieber kurz, wir sind so stündlich geweckt worden. Aua. 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 Nicht so schön. Ich glaube, sie macht einfach viel durch gerade. Laufen. Zähne. Alles. So, und dann bin ich gespannt, was du mir gleich für ein Outfit aussuchst. Outfit of the day. Outfit of the day. Ich werde heute Koffer packen für morgen und spazieren gehen. Hat die Leisa sich eingeschlossen? Leisa hat die Tür zugemacht und kann sich die auch machen. Warte mal. Hey du. Ich habe auch coole Sneaker im Flur, ne? Aber ich will dich nicht beeinflussen. Man kann das auch rausziehen. Leisa. Du hilfst mir, ne? Wir suchen was für Mama raus. Leisa räumt immer mal die Schubladen aus. Genau, guck mal, was da drin ist. Gemütlich ist vielleicht, sportlich. Mama. Ja. Leisa. Blaue Jeans. So macht die Mama immer, ne? So. Was solltest du denn dann gehabt? Das ist ein Cardigan, den ich gestern anhatte, ist in der Wäsche. Guck. Das ist ein ganz langer langer Cardigan halt so zum Aufmachen. Wie so ein langer Mantel. Das hältst du dein Vorschlag? Zieh mal das an. Das ist ein kurzer Pulli, der ist so ganz kurz. Aber ist gut, ich kann es mal versuchen. Das ist so ein kurzer Pulli und dann den zweiten Pulli drüber. Pulli über Pulli, meinst du? Echt jetzt? Ja. Okay. Ein Geist. Hm. Da. Da ist die Leisa. Wer hat sie das mal an? Willst du mich jetzt ärgern, ne? Was? Nee. Komm mal, du bist. Hast du mir extra jetzt rausgesucht? Jetzt willst du, dass ich extra doof aussehe, oder was? Komm, du musst dir ein bisschen Mühe geben. Ja, tue ich ja. So. Machst du extra? Nein. Das würde ich anziehen. Komm jetzt. Ja. Alex, komm, ich kenne dich. Seh dein Gesicht. Na, fertig. Das ist dein Outfit of the Day. Bin ich dein Ernst? Doch. Machst du eigentlich ein Foto damit? Ja, ne? Wolltest du ein Foto damit machen? Das soll ich jetzt anziehen? Ja. Nee, warte doch mal, Schatz, bitte. Nee. Ist das dein Ernst? Nee. Das ist der Look, den Alex rausgesucht hat. Das kann er nicht ernst meinen. Wirklich jetzt. Das hat er hundertprozentig gemacht, um mich zu ärgern. Wie sieht das aus hier? Hallo. Das ist doch... Ich will jetzt mit Leiser spazieren. Ich konnte mich noch nicht mal richtig fennig machen. So. Ich habe jetzt nur andere Schuhe angezogen. Die gingen gar nicht. Ich konnte noch nicht mal drin laufen. Das sind wirklich richtige Winterschuhe. Ich habe die größer gekauft und ziehe da eigentlich so dicke Socken drunter. Ich versuche jetzt zu packen. Ich habe jetzt den Pulli noch an. Ich habe die Hose ausgezogen. Die war so unbequem. Das konnte ich einfach nicht mehr. Ja, so viel zu Hause ist das so unangenehm einfach. Die ist eigentlich ganz cool, aber die ist sehr ungemütlich. Deswegen habe ich jetzt meine gemütliche Hose angezogen. Also Luis und ich, wir fahren morgen nach Hamburg und dafür packe ich jetzt. Ich habe mich jetzt für einen Koffer entschieden. Ich habe erst überlegt, zwei kleine Koffer oder einen großen. Man hat mich für einen großen entschieden, weil die Gefahr besteht, dass man einen kleinen Koffer irgendwo stehen lässt oder ist, glaube ich, ein bisschen umständlicher als einen großen. Und dafür packe ich es und ich habe keine Ahnung. So ein gemischtes Wetter irgendwie. So, ich habe jetzt gepackt. Das ist meine Seite. Das ist mein, äh, Luis Seite. Und ein bisschen noch von meinen Seiten gemischt. Und ich habe extra ein bisschen mehr eingepackt zu meiner Verteidigung, damit die, ich will mal leiser sagen, die Leas, meine Schwester, vielleicht auch ein Outfit aussuchen kann. Guten Morgen! Wir sind aus Hamburg. Luis und ich sind nach Hamburg gereist zu meiner Schwester und meine Schwester wird heute auch mein Outfit aussuchen. Wir haben wunderbar geschlafen hier auf dem Bett. Luis und ich zusammen. Oh, aber ist keine Adresse zu sehen. Sehr gemütlich. Ich bin auch nicht fertig gemacht. Und ich habe auch eine neue Freundin. Die kleine Deli. Ich nehme dir dein Tierchen auch nicht weg. Den Mantel hatte ich gestern an. Und da ist jetzt die halbe Deli drauf. Und meine Schwester hat keine Fusselrolle. Wie kann man keine Fusselrolle besitzen? Bitte! Ich verstehe das nicht. Na ja, egal. Ich habe noch eine Ersatzjacke. Also du musst, Schwester, du musst das Outfit hier auf diese Jacke aufbauen. Die Teddyfelljacke. So, ich lege jetzt die Sachen auf das Bett. Dann habt ihr ein bisschen Überblick. Die Kamera jetzt mal dahingestellt, weil ich voll am Zittern bin. Ich habe von meiner Schwester die Tabletten genommen. Ein bisschen hoch dosiert für mich. Ich fühle mich gerade wie so von der Tarantin gestochen. Okay. Also. Ich hatte auch schon erzählt, der Alex hatte gestern für mich ein richtig fieses Outfit ausgesucht. So mega ungemütlich. Ich habe gesagt, ich gehe spazieren und muss Koffer packen. Und dann lässt er mich so eine Glackhose anziehen. Und das sah richtig scheiße auf. So eine Schlangenlederhose mit so einem grauen Crop-Top-Pulli. Und dann. Die Männer ziehen dann immer halt so mal in die Uhrbuch. Nee. Ganz schwer hat mich ja extra schlimmer gezogen. Ach. Okay, also. Dann haben wir noch einen schwarzen Wollkragenpulli dabei. einen schwarzen Body und einen schwarzen Kürzenpullover. Man muss dazu sagen, meine Schwester, herzlich willkommen, hat auch übrigens Instagram jetzt, ganz neu. Die hat das gelernt. Also ich vertraue dir. Volle Kanne. Hilfe. 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 Ich habe die schon mal angehabt. Ja. Willst du nicht wegkommen? Ich komme ja. Vielleicht. Ja, das ist so eine Weite. Sag Luis erst mal, was. Ja. Ja, sag du Luis. Was meinst du? Also beide. Ihr dürft beide entscheiden. Ich weiß schon. Ich habe eine Unterhose von mir. Ja, möchtest du das sagen? Ich will dich nicht beeinflussen. Ich will dich nicht beeinflussen. Ich will dich nicht beeinflussen. Ich glaube, also ich tendiere zu dieser Hose hier. Ja. Ich finde es sehr gut. Es baut ja alles auf dieser Teddyjacke auf. Du kannst auch Lederjacke. Ist egal. Auch Lederjacke. Lass frei, entscheide frei. Ich sage gar nichts mehr. Sorry, ich habe dich beeinflusst. Ich wollte es nicht. Also ich glaube, ich finde den Pulli sehr cool. Weil er so Oversize ist. Würdest du das dann so anziehen, wenn die Hose auch frei ist? Achso, weil der Pulli ein bisschen höher geschnitten ist, meinst du? Du musst einfach, mach Sache jetzt einfach. Ich weiß halt nicht, ob du dich trauen würdest, so ein ganzes Leder anzuziehen. Sonst könnte man natürlich auch sagen, du ziehst das an, das und so dein Cardigan und die Lederjacke. Die Lederjacke drüber? Ja, die Lederjacke dann drüber. Auch nicht schlecht. Coole Idee. Hm, mein Schatz? Ich bin leer. Also. Du bist leer. Deine Socken, dann meine Mütze und keine Hose. Meine Unterhose, meine kurze Hose und diesen Haarreif. Das soll ich einziehen. Und was zieht du für ein T-Shirt an? Gar nichts oder wie? Ja, nee, warte, das soll ich nicht sehen. Also mein First Favorit ist, ist die Jays Outfit in schwarz. Number one. Weiß ich nicht, ob dir das so gefällt mit den Schuhen und so und ob das dir zu schwarz ist. Und ansonsten diese Cardigan-Jacke hierzu und dann die Oversize-Lea-Jacke. Ja. Und darunter ein T-Shirt in weiß, ob eng oder locker, müssen wir dann gleich sehen. Ja. Das Outfit, was Lea ausgesucht hat. Die Boots dazu, die Lederhose, ein Pulli. Sieht ganz cool aus. Ich glaube, das lasse ich an. Und was sagst du zu deinem, also zu meinem Look? Äh, sehr schön, finde ich, denke. Mama, kann ich nicht ein Foto einmal machen, bitte? Ja, warte, Schatz. Yay! Hi, Leute, was geht? Wir sind wieder zu Hause. Der Kopf war jetzt auch schon offen. Ich wollte eigentlich gestern noch was filmen, aber wir hatten so eine Horror-Rückreise. Wirklich, also wir haben insgesamt neun Stunden statt vier Stunden gebraucht. Wir waren, ich kann euch das ja mal eben kurz, eben kurz erzählen. Also wir waren an einem Hauptbahnhof. Meine Schwester und mein zukünftiger Schwager haben uns dann zum Hauptbahnhof gebracht und dann haben Luis und ich uns was zu essen geholt und wir wollten uns gerade eine Zeitung aussuchen. Also ich für Luis, damit er so ein bisschen beschäftigt ist während der Fahrt, weil vier Stunden im Zug sitzen ist schon schwierig für einen Jungen oder für ein Kind generell. Und dann ging auf einmal der Alarm los und dann musste der Hauptbahnhof Hamburg evakuiert werden und wir standen dann draußen eine Stunde ungefähr und wussten gar nicht, was jetzt passiert. Und dann hatten wir natürlich den Zug verpasst, den wir eigentlich haben wollten und dann sind wir in den Zug gestiegen, in einen anderen Zug. Und der ist dann nach 20 Minuten Fahrt kaputt gegangen. Und dann hieß es erst, Fehlermeldung, wir müssen gucken, was das für eine Fehlermeldung ist. Der Schaffner meinte, er hätte selber so eine Fehlermeldung noch nicht gehabt. Der Zug war sehr lang und auch überfüllt, wegen dieser Evakuierung eben. Und eine halbe Stunde später meinte er, ja, es ist wohl so schlimm, dass wir nicht richtig weiterfahren können. Wir müssten wohl nur mit 50 kmh weiterfahren. Und er wüsste gar nicht, wie lange das jetzt dauert nach Bremen. Und das würde ihm sehr leid tun. Und dann wieder eine halbe Stunde später meinte er, wir können jetzt gar nicht mehr weiterfahren. Egal, lange Rede, kurzen Sinn, wir sind sehr spät erst zu Hause gewesen. Ich hatte zur Fahrt meine Jeans an. Um das ganze Video jetzt noch zu beenden, in Form von einem Outfit. Also ich hatte meine Jeans an, die habe ich, dafür habe ich viel Geld bezahlt. Ich wollte mal den Unterschied erkennen zwischen, oder gucken, ob es einen Unterschied gibt zwischen sehr teuren Jeans und normalen H&M und Zara Jeans. Ich muss sagen, bei der Hose jetzt ja. Ich gucke mal, ob ich die online finde. Die ist vom Jeansstoff schon ziemlich weich. Und die sitzt einfach bei mir jetzt wie eine zweite Haut. Also die sitzt richtig gut. Und da kann ich schon einen Unterschied erkennen. So, ich habe ein heißes Ohr gerade, weil wir draußen spazieren waren. Leiser und ich habe es super kalt gerade. Und dann hatte ich noch meinen schwarzen Body an. Den habe ich von Naked und meine Lederjacke. Und dann habe ich einfach noch die Teddyfelljacke drüber gezogen. Das war auch ein sehr gemütliches Outfit, was ich mir jetzt ausgesucht habe. An den Tag zuvor habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, was die Lea für mich ausgesucht hat. Die Lederhose und den Pulli und die Boots dazu. Und dann diese Teddyfelljacke. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das war echt ein gutes Outfit, so zum Shoppen. Oder zum Laufen. Wir sind sehr viel gelaufen. Wir waren am Hafen und so. Dass ich da nicht so viel gefilmt habe. Es folgen mir auch nicht viele auf Instagram. Das war so ein Wochenende, was ich mit Luis geplant habe. Und an dem Tag habe ich wirklich nur zwischendurch immer so ein paar Aufnahmen mit dem Handy gemacht für Instagram. Und sonst habe ich gar nicht viel gefilmt. Ich wollte mich einfach auf die zwei konzentrieren. Also auf Luis und auf meine Schwester. Mein Schwager musste leider arbeiten. Und das war ein wunderschönes Wochenende, muss ich sagen. Das war echt schön. Auch wenn die Rückfahrt ein bisschen Horror war. So allgemein, muss ich sagen, fand ich das sehr cool. Ich finde das sehr interessant, was Alex mir für Outfits ausgesucht hat. Abgesehen von dem einen hatten wir uns ein bisschen gezopft vorher. Und dann hat er mir ein richtig fieses Outfit ausgesucht. Das fand ich sehr gemein. Ansonsten fand ich das sehr interessant. Ich werde das, glaube ich, nochmal machen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi. 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 T Spaßi. Tem кнопiert ze counts können. 不對 sieest die Lokal. Und es tin so quasi. Untertitelung des ZDF, 2020